Gestern ist eine ganz grosse Persönlichkeit für immer auf dem Schweizer Hockeyplanet gegangen. Was hat bei dir die Nachricht vom Tod von Simon Schenk ausgelöst, Patrick Fischer? Es ist klar, am Anfang kannst du es nicht glauben. Das musst du zweimal lesen, was ich auf Instagram gesehen habe. Natürlich schockt und Betroffenheit. Da kommen mir Gedanken auf, wie es passiert ist. Ich wusste, dass er in den letzten paar Jahren ein oder zwei Sachen hatte, die er bereinigen wollte. Aber es kam natürlich traurig auf. Simon Schenk hat extrem viel bewegt in den letzten 30 Jahren im Schweizer Hockey. Er ist wirklich eine Ikone. Was hat ihn so einzigartig gemacht? Ja, ich kann von persönlichen Erfahrungen reden. Darum habe ich den Schweizer Nazi-Bulli an. Ich durfte ihn als mein Nazi-Coach kennenlernen. Ich war das erste Mal in einer Weltmeisterschaft. Er war mein Coach, damals noch mit fünf, sechs anderen jungen Spielern. Wir waren alle um 20 Jahre alt. Damals war wir 96 in Eindhoven. Er hat sehr verständnisvoll und mit uns Jungen gearbeitet und uns Vertrauen gegeben. Das war damals nicht normal. Ich durfte ihn als Mann. Dort durfte ich ihn kennenlernen. Nachher natürlich immer gewusst, dass Simon Schenk in der Hockeyszene eine grosse Nummer hat. Sehr respektvoll. Und was ich auch sehr geschätzt habe, als ich Coach wurde. Und auch dort haben wir immer, wenn es wirklich viel gegen ihn war, haben wir die Stange gehabt, und haben mir Tipps gegeben und hat mich immer aufgemuntert. Und auch dort in dieser Phase in meinem Leben Vertrauen gegeben. Und das ist etwas, was ich beobachtet habe rundum. Er ist eine, die sehr authentisch, ehrlich, auch kritisch zum Teil, aber positiv kritisch Leute unterstützt haben. Und ja, es ist einfach nur lobenswert, wie er umgegangen ist. Und ich möchte mich bedanken bei dir, Simon, für das, was du für mich gemacht hast. Und auch für viele andere. Ich meine, wir wären in Isakien nie dort ohne ihn und ohne dich. Ich meine, er ist ja so, wenn man von Swissness spricht, er war eigentlich der erste Schweizer Profi-Nationaltrainer als Schweizer Coach. Und er hat sich, glaube ich, auch nachher immer wieder dafür eingesetzt, dass Schweizer Coaches Chancen in dieser Hockeyszene bekommen. Ist das so? Absolut, das ist vielleicht jetzt ein Zufall. Aber damals, als ich vorhin angesprochen habe, die jungen Nationalspieler, wer war das? Das war Fonarx, das war Patalini, Seiter, Jeni. Ich selber, wir waren an dieser WM und wir sind jetzt eigentlich alles Coaches geworden. Vielleicht auch inspiriert durch ihn, wenn man sieht, das ist möglich. Und ja, er hat uns Schweizer Junge, Schweizer Coaches damals, wo wir dann auch angefangen haben, wirklich immer Unterstützung gegeben. Ja, er weiss auch, er ist ein Missionärer, er hat immer gewusst, es ist wichtig, dass wir Schweizer Coaches ausbilden. Und dass wir mehr werden. Und ja, er ist sicher einer, der uns damals schon den Schweizer Stolz nicht eingerichtet hat. Aber wirklich gesagt hat, es ist wichtig für das Vaterland alles zu geben. Und das hat er voll vorgelegt. Jetzt ist er ja ein Mensch mit ganz vielen Facetten, er war ein liebenswürdiger, er hatte Ecken und Kanten, er hatte einen trockenen Humor, er ist immer ein pointierter Expertenauftritt, auch beim eSports. Was hast du, hast du irgendwo so eine Anekdote, die genau das zeigt, das ist genau Simon Schenk oder vielleicht auch aus der Kabine damals? Gut, ich meine, als Coach ist er sehr, wie ich vorhin gesagt habe, er war schon sehr menschlich. Er hat schon versucht, auf die Spieler einzugehen, aber er fuhrt. Und wenn etwas nicht gestimmt hat, hat er es auch ganz klar kommuniziert. Ich glaube auch als Experten, er war sicher nicht ein Fahnen im Wind und hat eigentlich immer gesagt, ja, ist gut. Und das habe ich so geschätzt an ihm. Er ist extrem authentisch, er ist sich selber gewesen, er ist zu seiner Meinung gestanden, er konnte aber auch sagen, okay, eine andere Meinung zählt genauso und ist vielleicht sogar noch schlauer. Und das ist das, was die Leute an ihm geliebt haben. Ehrlich, offen, authentisch. Und wenn ich an ihn zurückdenke, dann ist es, ja, so kommt es so. Das ist Simon gewesen. Er ist einfach ein starkes Foto gewesen für uns alle. Und ich schätze einen Menschen, wenn man ihn etwas fragt, dass er eine ehrliche Antwort zurückkommt. Und dann weiss man, was er wirklich denkt. Und ich glaube, das ist etwas vom Schönsten. Für mich auch ein Kompliment, wenn es jemandem denkt, wenn man etwas fragt und eine ehrliche Antwort zurückkommt. Du hast vieles schon von weg genommen. Gleich noch die Frage, wie wirst du ihn in Erinnerung gehalten, wenn du ein ganz grosses Bild anschaust, was bleibt er für immer bei dir im Hinterkopf oder vor den Augen? Ja, einfach das Wohl kommt bei mir Dankbarkeit. Er hat mir als junger Spieler Vertrauen gegeben. Er hat mir als junger Coach Vertrauen gegeben. Er hat mich geformt. Und nachher habe ich ab und zu dafür privat auch kennenlernen. Und einfach einen guten Freund und einen Lehrer, der dich inspiriert, der sagt, ja, komm, wie du sie machst, also gut und gönnt. Und das ist, ja, das Hauptwort ist Dankbarkeit, das ich mein Herz empflege für den Sinn. Danke vielmals für die Worte, Patrick. Ja, danke dir für das Interview und ich möchte auch der Familie noch und Freunden wirklich mit dieser schwierigen Phase viel Kraft wünschen. Und auch dir, Simon, viel Spass im Afterlife. Ich bin sicher, wirst du auch mal einen schönen Rund.